ich glaube das rastet auch schnell aus also wenn er was sagt wie vorhin oh mein gott oder irgendwas keine ahnung was er geschrieben hat ich könnte mal nachgucken auch das ist jetzt nicht dein ernst naja das kennen wir ja die typen die mich laufen wollen kennen nicht so zu gut alle laufen sie wegen ihrem arsch und dann der andere den arsch nicht hoch bis mach ich noch ein Brot oder sonst was lauf rein bis jetzt gleich im eingang rennt sich hier wirklich kein plan also rennt so ist sie beim platz an die füßen bekommen während der andere fisch auf toilette gilt auch sich schnell im brot schmiert am besten ist noch so ein steak anbratet noch so andere jetzt hier ja eine party vorbereiten es gibt noch was kann man noch so nebenbei machen mal schnell hier suchen und zerstören zocken auf black ops kein problem oder ein paar ein paar ein gigabyte videos hochladen auf youtube erwarten bis fertig geladen sind natürlich von hd es wird alles dazu ich glaube ich meinen hals gerade auf ich glaube ich habe den pulsschlager hat dann leider hätte bämm so da mag ja es ist oben zugenetzt warum denn kein plan kein problem dieses kapier hat zwei bedeutungen normalerweise NP damit es nicht so durcheinander kommt naja hier noch eine mobgruppe weh du pulst uuuuuh komm wisst ja ich bereue ich so schnell dass ich mag hier angefangen habe ich würde am liebsten ein krieger ein paladin oder ein hunter zocken weil mich regt das so weil so viele das stimmt auch wörtlich ist bisschen doof weil Dave ja schon mag hier angefangen hat aber es gibt ganz viele displayer von boob die haben auch was anderes das hätte man genau sagen können ja muss doch nicht machen naja kann man jetzt nichts machen das tut mir leid aber ich muss den jetzt fertig display ich kann jetzt kein level 1 bis level 30 hoch jetzt play und den dann weitermachen das geht nicht auch wenn ich lieber ganz gerne machen würde aber das hat dann nicht mal das display so so gut wie früher war da richtig schwer das glaubt ihr gar nicht da war schwer der hocker ich glaube vielleicht ist auch immer noch schwer keine ahnung aber er wurde bestimmt gepatcht was was macht ein jahre ne niemals ach ne ist der begleiter von ihr als vom jäger ich dachte das ist ein haustier telabi ne sehra ja schade das wäre jetzt nur eine zu geil gewesen dann hatten wir aha auch der ist niedlich der ist niedlich frostblitz arkanne geschosse ja oh wir hatten da 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 ja unser tank hat schon mal kein mana mehr wie siehts mit ein heiler ein schaman hat immer mana das ist ne mana maschine das glaubt er gar nicht wie so ein ja getränke das ist so ein cola automaten hat immer irgendein getränk drin ja super geht doch alles ganz easy so schreibt man das jetzt ja 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 ich finde ich auch das den nehmen wir so den nehmen wir mal sehen wie er ausschaut ja hm gefällt mir aber es ist ja eigentlich für die gürtel den wollte man auch noch anziehen soll ich jetzt sagen der part ist erstmal zu ende tschau und da sind wir wieder hm hm ja machen wir weiter oder ok bye bye hm hm und tschau so was war das jetzt hm 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 und es wird gequestet haben wir noch so ein ah ne haben wir nicht bekommen so einen komischen kleinen Happy Meal Rucksack hier na los na los was ist eigentlich mit unseren kleinen wasserfreundchen aufwachen mein kleiner genie wir sind beim questeln kannst du nicht einmal so pennen oh ruhig brauner ruhig hm 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 na los da erstmal geben wir geben eine ganze quest oh man muss mal gucken wie wir es machen ich werde noch mal gucken wie ich so eine mütze und so einer komischen mütze hier auf den kopf setzen ne kette müssen wir auch noch kaufen So schnell bekommen wir die auch nicht. Habe ich jetzt irgendwie vergessen, eine Quest abzugeben? Ne, habe ich nicht. Reit weiter und den drücken wir jetzt auch noch. Mensch, die droppen so hässlich, die heute hier. Hätten sie 10 draus gemacht, dafür aber so 90% Drop Chance. Wow, wir haben jetzt mal wieder mächtig Glück. Wasserlaufen kann der Magier nicht, das finde ich ein bisschen doof. Ich finde, das müsste der Magier auf jeden Fall können, auf dem Wasser laufen. Hätten sie vom Priester klauen können, aber Magier geben können, wisst ihr? Ja, ja, wir machen... Komm. Komm, machen wir noch extra so Wasserfrostblitz. Boom. Oh, Mensch. Ja, mittleres Leder. Da unten. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn? Was ist denn? Ah, irgendwas frisst mich auf. Es frisst meinen Kopf. Oh, was ist das? Oh, niedlich. Wow. Wow. Wie geil es sich in den Bogen gerade gemacht hat. Oh. Hätte wenigstens ja rar sein können. Weil irgendwie gibt es ja nicht mehr von diesen Fischern. Oder? Nee. Fischschwarm. Von weißen Fischen. So, wie weit sind die hier verbreitet? Uh. Noch zwei Stück. Ich muss sagen, weil das war vorhin, ähm, das letztens waren es ja, keine Krukelisken. Letztens waren es, ähm, nicht Alligatoren, sondern irgendeine Mischung. Irgendso, hier aus Katzen, aber. Äh, ich spüre nicht mehr, wie das video von mir ist. Irgendwo, äh. Dododododada. Dododod Paradيد. Dododododood. Ok. geht klar wird rausgeschmissen geht klar los geschnitten der leute doch da mache ich sage ich das extra mit sich freuen können und dann ich will nicht mit dem video sein dass keine genehmigung dafür deutsche spießer da müsste man wenn ich nicht bescheid sagen würde ganz auch ein video da müsste man jedes online spiel ist mir egal schneiden doch nicht schneide doch kein namen von ihnen raus wisse da müsste ich ja jeden da müsste jeder netzplayer der irgendwas online macht jeden rausschneiden weil er keine genehmigung von denen hat der hirn verbrannt hier ist was mir gerade einfällt ich habe den makro gar nicht hier kanal das habe ich schon gar nicht gemacht kingdom for games ist solche spießer es geht nicht kriegt man solche sohn halt sohn sonnen halt sonnen sohn sonnenhals besser sonnenhals geht gar nicht zieht euch erstmal die nachricht ein rein das ist er der mag ja wer denn sonst hier ist katze weg der mag ja da gerade mit dir an der instanz war ich will nicht in deinem video sein du hast keine genehmigung von mir das video irgendwo hochzuladen naja genau kannst mich mal richtig doll an der popo zerlecken gut